F2 Das Heizkraftwerk Stuttgart-Geisburg ist ein steinkohlebefeuertes Kraftwerk am Neckarufer in Stuttgart-Geisburg, das von der INBW Lenergie Baden-Württemberg betrieben wird. KW 1 und 2 Das Kraftwerk besteht aus zwei Kraftwerksteilen. Kraftwerk 1 mit den ehemaligen Blöcken 11 und 12 ist stillgelegt. Kraftwerk 2 ist ein Dampf-Sammelschienenheizkraftwerk mit drei Dampfverzeugern. Ein Kessel wird mit Steinkohle, die beiden anderen mit Gas oder wahlweise auch mit leichtem Heizöl befeuert. Die beiden Schornsteine sind 160 und 125 Meter hoch. Ein ehemals 80 Meter hohes Amelschornstein wurde 1979 durch den 125 Meter hohen Schornstein ersetzt. Die Anlage dient der Fernwärmeerzeugung. Als Besonderheit verfügt das Kraftwerk als einziges ENBW-Kraftwerk über einen Wirbelschichtkessel. In den 1980er Jahren wurden die alten Kessel des KW 1 aus den 1950er und 1960er Jahren durch moderne Anlagen ersetzt und mit primären Entschwefelungs- und Entstickungseinrichtungen versehen. Die Anlage verfügt über eine maximale Wärmeleistung von 273 Megawatt. Die ehemalige Gasturbine, die zum Anfahren diente, wurde Anfang 2014 demontiert. Block 3 Zeitgleich plante man am Standort den Bau eines weiteren Kohleblocks, der auch für die Stromerzeugung vorgesehen war. Diese Pläne wurden aber Ende 1988 gleichzeitig mit der Inbetriebnahme des Blocks 2 im Kernkraftwerk Neckarwestheim fallen gelassen. Neubau Gaskraftwerk bis 2019 Im Mai 2015 wurden Pläne bekannt, wonach die ENBW neben dem bestehenden Kraftwerk ein neues Gasheizkraftwerk errichten möchte. Nach der Fertigstellung soll das alte Kraftwerk abgerissen werden. Das neue Heizkraftwerk soll aus drei gasbefeuerten Blockheizkraftwerken mit insgesamt 30 Megawatt elektrischer und 30 Megawatt thermischer Leistung, einem Wärmesbeicher mit einer Kapazität von sowie Erdgasöl befeuerten Heizkesseln mit 210 Megawatt thermischer Leistung bestehen. Die Inbetriebnahme ist für Anfang 2019 geplant. Die Baukosten sind mit rund 75 Millionen Euro veranschlagt. Netzanschlüsse Strom Der Netzanschluss erfolgt auf der 110 kV Hochspannungsebene in das Stromnetz des Verteilnetzbetreibers Netze BW. Fernwärme Das Heizkraftwerk Geisburg ist über eine Fernwärmeleitung mit dem südöstlich gelegenen Heizkraftwerk Altbach-Deitzesau und dem nördlich gelegenen Müllheizkraftwerk Stuttgart-Münster verbunden. Diese Fernwärmeleitung wird auch mittlere Neckarschiene genannt und hat eine Länge von 14 Kilometer. Die mittlere Neckarschiene verläuft teilweise oberirdisch entlang dem Neckar und der B10. Sie speist in die einzelnen Fernwärmeverteilnetze der versorgten Stadtteile ein, die der örtlichen Verteilung der Wärme bis hin zu den einzelnen Hausanschlüssen dienen. Die mittlere Neckarschiene